Grüß euch liebe Gartner und Werkelnfans. Wir sitzen da jetzt am Sonntag am Abend bei unserem Einharzfassl und einem guten Flaschel Wein nach getaner Arbeit. Bei diesem machen wir etwas richtig schön und wir haben richtig durchgestattet im Garten und wenn es euch interessiert geht es weiter nach dem Intro. Jawohl, gut. Musik Grüß euch liebe Gartner und Werkelnfans. Wir haben jetzt schnell was gegessen und jetzt starten wir in unserem Frühlingsputz auf der Terrasse und ihr begleitet uns dabei. Ja, also auf geht's. Hmm, Haustiere. Da wir jetzt unsere Oleander von den komischen Engellingen befreit haben und es ist doch ein ganz schöner Haufen gewesen, haben wir jetzt nachgelesen im Internet, wie wir das verhindern können, indem man Knoblauch dazu einsetzt. Das mengen sie nämlich angeblich nicht und das Problem mit der Woche. Musik 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 Und somit erkläre ich unseren neuen Komposter feierlich für eröffnet und wünsche die und wünsche mir die Aufmerksamkeit. Musik 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 Oh der ist wirklich gut. Musik 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 Bis zum nächsten Mal.